Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Abzocke online. Wie erkenne ich Fake Shops im Internet? Hinter Online Shops können sich auch Betrüger verbergen, die mit sogenannten Fake Shops, also gefälschten Internetverkaufsplattformen, Online-Einkäufer abzocken wollen. Fake Shops sind auf den ersten Blick schwer zu erkennen. Teilweise sind sie Kopien real existierender Webseiten. Sie wirken auf den ersten Blick seriös und lassen daher beim Kauf selten Zweifel an ihrer Echtheit aufkommen. Mit gut kopierten Produktbildern und Informationen aus dem Internet sowie einem professionellen Erscheinungsbild gewinnen Fake Shops das Vertrauen der Online-Käufer. und verleitet euch dazu zum Kauf. Ein weiteres Lockmittel ist scheinbar der besonders günstige Preis des gesuchten Produkts. Nach geleisteter Vorauszahlung wird nicht selten minderwertige Ware zu einem überhöhten Preis verschickt. Mitunter wird das Produkt auch gar nicht geliefert. Oft täuschen die Händler sogar Lieferschwierigkeiten vor und vertrösten Betroffene, um diese daran zu hindern, weitere Schritte einzuleiten. Damit ihr nicht auf Fake Shop Seiten hereinfallt, achtet daher auf folgende Punkte. Wenn eine angebliche bekannte Webseite ungereimte Händen aufweist, zum Beispiel mit den Domainendungen.de müsste da eigentlich stehen, aber stattdessen steht dort .de.com oder sogar noch besser .io oder .cc, Dann lässt sich darauf natürlich schließen, dass dies nicht die richtige Webseite ist. Auch wenn die Adresse überhaupt nicht zum Inhalt der Seite passt, also wenn man zum Beispiel nach Pflanzen googelt und auf eine Pflanzen-Webseite möchte und plötzlich auch Schuhe angeboten werden. Unsichere Zahlungsvarianten sind hier auch ein ganz großer Hinweis. Oft werden Kunden bis zum letzten Bestellschritt mehrere verschiedene Zahlungsmöglichkeiten angeboten. Doch bei der eigentlichen Bestellung wird dann nur noch per Vorkasse in Form einer Überweisung verlangt. Hier sollten auf jeden Fall alle Alarmglocken läuten. Auffallend günstiger Preis Nicht jeder besonders günstige Shop ist automatisch ein Fake Shop. Und nicht jeder Fake Shop muss zwingend extrem günstig und billig sein. Doch wenn sich in einem Shop auffallend niedrige Angebote häufen, da sollte man zumindest etwas genauer hinschauen. Denn genau darauf zielen die Leute ab, die Abzocker, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und wenn ein Angebot besonders günstig erscheint, dann greift man da in der Regel sehr gerne zu. Grundsätzlich schmücken sich Fake Shops auch mit falschen Gütesiegeln. Man kennt ja oftmals Trusted Shops und was es da so alles für Bewertungszeiten gibt. Mit solchen Gütesiegeln. Und hier sollte man genauer hinschauen, ob diese Gütesiegel. Da muss man in der Regel immer draufklicken können, dass man direkt auch auf den Betreiber dieses Gütesiegels kommt. Funktioniert hier der Link nicht und man kann dort nicht draufklicken. Dann ist da ganz sicher irgendetwas faul dran. Generell sollte man auch auf die Kundenbewertungen achten. Nicht nur auf der Webseite des Shops, denn auf den Shop-Seiten wird natürlich ganz, ganz oft nur das Positive hervorgehoben. Fällt dort zum Beispiel auf, dass hier fast nur positive Bewertungen hinterlegt sind zu den Produkten, die ihr dort erwerben möchtet, dann ist da schon mal etwas faul dran. Prüft das Ganze noch einmal über Google. Wie sieht das eigentlich bei Google aus? Wie bewerten die ganzen anderen Kunden über Google diesen Shop? Überprüft auch die AGBs. Damit ist jetzt nicht zwingend gemeint, dass ihr euch das Krisenpamphlet durchlesen müsst. Man sollte es sich natürlich durchlesen. Das ist völlig klar. Allerdings sind Fake-AGBs oftmals in einem sehr schlechten Deutsch einfach übersetzt worden. Und hier kann man ganz leicht dadurch den Betrug erkennen. Naja, und dann ist da noch die Sache mit dem Impressum. Wenn ihr etwas über eine.de Webseite kaufen möchtet, dann gibt es in Deutschland die Impressumspflicht. Das heißt, der Betreiber muss zwingend ein Impressum angeben, wem denn die Seite gehört und wer der rechtliche Vertreter ist. Fehlt das Impressum? Dann ist das auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass hier etwas nicht stimmen kann. Ist das Impressum, naja, mehr oder weniger nur ausgefüllt und man findet dort keine Telefonnummern und auch keine aus per Hand ausgeschriebene E-Mail-Adresse, also in Textform, die man markieren und kopieren kann, dann ist das definitiv auch ein Fake-Shop. Denn in Deutschland gilt die Impressumspflicht. Und Impressen oder Impressums dürfen auf keinen Fall per Bild eingefügt sein. Ein Impressum muss markierbar sein. Ein Impressum muss aus fließendem Text bestehen. Das heißt, ihr müsst ihn auch mit der Maus einzeln markieren können, auch die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Warum ist das so? Ein Impressum muss markiert werden können mit der Maus für blinde Menschen oder Menschen, die nicht lesen können, damit der Computer das Ganze in Sprache übersetzen kann. Das ist tatsächlich gesetzliche Pflicht in Deutschland. Nun ja, und was macht man, wenn man nun bereits Opfer eines Fake-Shops geworden ist? Ist das Geld bereits überwiesen, sollte man so schnell wie möglich seine Bank kontaktieren, um die Zahlung vielleicht noch etwas zu stoppen. Meistens ist das bei einer Banküberweisung, wenn man es selbst angewiesen hat, nicht mehr möglich. Man sollte es auf jeden Fall probieren. Hat man an einem Freitagabend das Ganze in Auftrag gegeben und die Überweisung würde erst Montag dann in Kraft treten, dann hat man eventuell noch die Möglichkeit, das Ganze zu beenden. Allerdings müsste die Bank hierfür natürlich auch einen Service am Wochenende anbieten. Denn montags um neun, da ist dann alles schon geschehen in der Regel. Hebt auf jeden Fall alle Belege auf, die ihr darüber habt. Macht Screenshots von der Webseite. Denn ihr werdet natürlich nicht ganz allein gelassen. Die Verbraucherschutzzentralen unterstützen euch dabei und grundsätzlich sollte alles zur Anzeige gebracht werden bei der Polizei. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf so eine Fake-Shop-Masche hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist auch, dass wir nicht immer alles schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Doch es gibt sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke jetzt gerne noch auf das letzte oder ein anderes Video in der Playlist hier. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.